Hm, wenn ich selbst und Wasser mache, was passiert da? Kann ich mich da eigentlich auch selbst umbringen mit? Äh, nö. Nur wenn dein Blutnetzwerk leer ist, genau wie beim Schwert. Schauen wir mal nach. Sigil of Bloodland? Ja. Mach Lichter. Mach Lichter. Mach Lichter. Oh. Ein Bloodlight. Cool. Kein Bloodlight. Wo ist denn die Runde zum gucken, wie viel Macht? Äh, hab ich die? Ne, hab ich nicht mehr in den Zaar. Das ist... Vielleicht doch irgendwo. Äh, im MMA war's. Divination Sigil, da. Dankeschön. Ah ja, mal wieder 12 Millionen oder so. Okay. Also alles in Ordnung. So, wann muss man den Dämonen dran machen? Oder habt ihr allen noch wichtige Sachen zu tun? Ich überleg grad, ähm... Oh. Es ist ja jetzt hier Steel Powered Flight. Hm? Was mir irgendwie voll neu vorkommt, weil die sich auch geändert haben. Ist es auch her, aber vorher nur Steel Kram. Warum macht man das nicht einfach? Ähm... Ach so. Instant... Instant House, ne? Alter, ist das witzig. Instant House. Was hast du jetzt da verwendet? Obsidian und Zombie. Okay, und das Obsidian ist irgendwie weg. Oder... Ach nee, hast deinen eigenen, ja. Ja. Aber Instant House, doch. Das ist sehr was. Für Survival. Das sollten wir vielleicht aufschreiben, weil es steht da echt nicht drin. Da steht nur drin, was die Köpfe machen. Und nicht, was die Foki machen. Ich mein, ich dokumentier's ja, ne? Ja. So, online. Dann such dich da jedes Mal einzeln durch jedes Video durch. Viel Spaß. Ne, ich mach mir da... Ich mach mir da ein Buch oder so. Auch gut. Hey, aber... Free Cobblestone. Ja, gut. Ist das nicht aus deinem eigenen... Aus deinem eigenen Blut? Doch, doch. Aus deinem eigenen Blut, okay. Gut. Also erst mal Zauber bauen. Dann nicht. Let's Don't Jack Attack mach ich. Dann mach du die Turbinen, okay? Die Turbine? Ich hätte eigentlich vor, was ganz anderes zu machen. Aber ich kann mal schauen, wie man die baut. Und wenn ich's blöd finde, mach ich's trotzdem nicht. Fit. Aha. Die Turbine? Steam Turbine. Find ich doof. Bäh. Und das andere ist Turbine Housing. Wenn wir noch Grafit da haben... Mach ich das, glaub ich, ja. Ich glaube schon. Ja, dann mach ich das Housing. Ja, 64 haben wir noch. Reicht ganz knapp. Gut. Wie viel braucht man davon? Eins reicht, ne? Eigentlich. Hm? So. Dann forsch ich mal weiter. Ah, ist ja nicht das crafting Ding. In der Perle. Ähm. Ja, Teleport, ne? Bei Fern. Ähm. Was zum Teufel? Ich glaub ich sollte da bleiben. Was ist denn? Was ist passiert? Mich hat's zu deinem Dämonenalter gezogen. Ähm. Okay. Das wird wahrscheinlich ein Rand Teleport sein, weil da ist nichts wirklich drin, was in irgendeiner Art und Weise ich ziehen sollte. Mach nochmal. Warte, ja. Ich renne hier mal hin. Oh! Ja, das ist ein Random Teleport. Bist du jetzt gelandet? Bei der... Bei die Bienen. Hallo. Und jetzt bin ich wieder bei dir. Okay. Warte, ich glaub ich verlenke mich auch mal kurz mit deinem. Einfach so zum synchronisieren. Kann ich das gar nicht? Muss aufm Altar klicken. Ah, aufm Altar. Und weg ist er. Zack. Okay. Das ist ja immerhin dieses instabile Platz wie das Bioshock. So ganz, ganz leicht. Probieren wir mal Flint and Steel. Man soll es ja spaßig haben. Ähm. Ich steh grad im Schnee. Warum eigentlich nicht? Okay, kannst klicken. Passiert gar nichts. Bisschen Schmerzen. Au. Was? Ach, weil es regnet. Warte mal. Nö. Au. Ach, das ist praktisch Feuer, Aura. Ah. Cool. Ne, nicht cool, sondern doof. Ne, nicht cool, sondern doof. Weil ich wieder das Opfer bin. Du stehst immer noch nicht im Regen. Wer, ich? Ne, Markus. Der brutzelt hier so langsam vor sich hin. Ja, ich hab hier ja genügend Leben und ich schreib gerade. Okay. Ihr habt immer noch kein blödes Barrel hier hingestellt. Meine Güte. Welches Barrel wo? Ist auch egal, passt schon. So. Ähm. Kann man Better Barrels auch einfach abbauen? Auch mit dem höheren Strukturlevel? Äh, ne. Die platzen. Äh. Uh. Heilige. Was war das? Das war... Das war etwas, was ihr ganz schnell sein lasst. Selbst und Glowstone. Autsch. Äh. Die Donnerauber oder was? Scheinbar. Ach mal. Warte. Boah, irgendwie fühl ich mich mächtig. Versteh ich gar nicht. Ja, okay. Macht auf jeden Fall einen dramatischen Effekt, ja. Michael we Abdeln von Esivi Seoul. Coach odieux川 So. ciech. Boah, wohohoh, wohohohoh, ich kann fliegen, ich kann fliegen, .. .. Boah, ich kann's nicht kontrollieren. was macht ihr für ein scheiß dahinten oh nein du bist runtergefallen ich nicht näher schlechte idee ganz ganz schlechte idee jetzt mal ganz ehrlich macht ihr da für ein scheiß ich weiß nicht ob ich das auch will klickst du das mehrmals oder klickst du das einmal ich kann es klicken und halten und mehrmals klicken ich da brauche ich verfolgen ja aber es ist für es war einfach nur super weil es ist so unglaublich schnell weiß es ist auch satzbau als hier hast hier war das jetzt hier war überflug selbst in der perle war ja auch das hat man schon selbst apprentice blatt oder parten mal das schon was ich glaube noch nicht auf eine damage aura also mal was hatten wir noch was war die tonne aber noch mal los don ok dann haben wir bis jetzt obsidian ender flinten stil gast hier close down und blatt ob blatt ob genau das dann fehlt noch eis glaube ich ja und wasser oder nie wasser hat man schon da fehlt jetzt nur noch eis das ist trommelwirbel eine eiswand die aber immer nach links zeigt anscheinend ja und jetzt schmölz ja gratis eis gratis eis wir haben ja nur ein steck stecks von eis schon da wie kriegen wir das jetzt weg ähm schwierig weil ich vorher auch auswählen vielleicht geht das ja die treibt es weg oh ne macht nichts schade außer schmerzen ja mhm 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 Den Fokus auf Equal Trades hatten wir noch nicht, ne? Das fragst du mich jedes Mal. Das war der Fokus auf Warding, den ich Jenny gefragt habe. Achso, doch, warte mal, Equal Trades? Moment, das... Das ist Warding? Doch, haben wir, ja. Haben wir. Equal Trades? Da sind zwei, drei Stück drin. Ja. Ja, dann Equal Trades mir mal irgendwas. Mach du mal, ja. Genau, mach du. Was eigentlich? Das Eis hier. Das Eis, ja. Weil es schmilzt und ist böse. Ach, dumm. Silence. Äh, wie das, wie das sich die Caps da jetzt eigentlich nochmal auf? Äh, F gedrückt halten. Wenn es nicht mit irgendwas konfliktet. Das ist sowieso blöd, dass seit neuestem dann gar nichts mehr gemacht wird. Also, während man es gedrückt hält, was tun, das dann, das dann machen, oder wie? Während eines Gerückthaltens, äh, sollte dann sich so ne Scheibe öffnen und dann eben dahin zeigen, wo der Fokus grad ist. Ja. Dann einfach verwenden, oder? Äh, Shift rechts auf dem Block, den du da reinmachen willst. Zum Beispiel diesen Körbis dann. Shift rechts. Rechts, okay. Jetzt müsste da oben links ja in dem Ringkoppelstorn angezeigt werden. Nö. Hast du keinen Koppelstorn? Ach, ich geb dir mal was. Ne, ich mein... Ich halte F gedrückt. Ach, jetzt geht's, meine Güte. Ich konnte, ich konnte meine Maus, meine Maus in der Zeit nicht bewegen. Aha. Jetzt ist es, jetzt ist es wieder weg, was? Ähm, naja. Nein. Soll ich mal versuchen? Nicht. Nein. Dann halt nicht, bäh. Jetzt hab ich die Koppelstorn drin, ja. Gut, jetzt ist es einfach mal auf das Eis. Ja, so muss das. Ich hab keinen Stein mehr. Ja, kommt gleich. Bzw. es fließt eigentlich alles ins Nichts, weil, ähm... Ja, warte, ich schmeiß die Hilfe hin. Passt schon. Ich kann einfach nicht gegen dieses Wasser anschwimmen. Was ist nur los? Wieso komm ich nicht gegen dieses Wasser an? Ne, ist echt so. Man weiß es nicht. Ja, dann zerstören wir's halt. Es ist jetzt gleich weg. Also, jetzt. Äh, ja. Jetzt kam ich nämlich ran, aber... Ehrlich, es war schon auch so, als wir da diesen Fluss noch hatten, da ging's das eine Mal doch diese zwei Blöcke... ...diese... ...diese... ...diesen einen Block tief. Aus dem Kom... ...kam ich nicht raus. Ich bin da eiskalder Soffen. Ich weiß nicht, was los ist, aber mein Charakter kann einfach nicht schwimmen. Es gibt einfach keinen einzigen Grund dafür. Wird er ist jetzt was? Melee. Dann mach doch mal... Ich mach's mal rein. End. Okay. Moment, also erst mal die Blood Orb, die hatten mal als erstes drin. Die haben wir auch von dem Wands austauschen, fand ich die alte Version besser. Au, die hat wehgetan. Oh, explodiert ein bisschen was. Hört man. Die ist irgendwie langweilig. Obwohl sie so das teuerste Item bisher ist. Die ist langweilig, die macht nur Explosionsschaden. Boah, mein... Ja, nur in Fresse. Hä? Man hört es, aber es passiert nichts. Selbstschaden. Hä? Vielleicht die auf On-Hit? Nö. Warte mal, was hat ein Closed-On vorher irgendwann? Donner-Aura. Ja. Vielleicht, dass, wenn es regnet, dass du Donner beschweren kannst oder so? Es kann sein. Wir müssen mal testen, wenn es nochmal regnet. Branden dann, bitte. Huch. Oder wir beschweren Regen. Kann auch sein. Wirklich. Ja, kann sein, dass du dann... Ach, was sollst. Mili-Ender. Mili-Ender. Das ist ja cool. Was? Was? Buch. Sorry. Sorry. Was denn? Nein, ich bin unten bei den Mobs. Pott sich einfach irgendwo hin. Ja, komm. Alter. Wart nur ab. Irgendwann pottet sich das an einen Ort, der leider kein Boot unter sich hat. Dann hast du ein Problem. Es wird schon gecheckt. Kriegst du es hin? Oder soll ich dir helfen? Ja, ich bin schon draußen. Ich habe ja Spiderman. Okay. Alter. Aber doch ist schon wissenschaftlich wertig. Ja. So. Und jetzt Eis. Oh, Slowness. Schießt Eisscherben. Eisscherben? Oh. Cool. Wie viel Blut verschwendet ihr dabei eigentlich gerade? Nicht unseres. Ich habe 12 Millionen, also... Wie eigentlich? Ich meine, es ist kaum welches. Der ganze Tank ist voll. Ach, der Tank ist da angeschlossen oder wie? Ja, der ist angeschlossen. Hier unten runter durch an den Altar. Oh. Aus dem wir ja unsere Energie ziehen. Cool. Das ist auch toll. Du hast so einen schönen, mehr oder weniger alten modischen, okkulten Altar, an den du einfach eine neumodische Plastikzone zum Beispiel anschließen kannst. Lass mich raten, was würde passieren. Autsch. Alter, das hat viel Schaden gemacht. Ich habe fast kein Leben mehr. Und es brennt. Und cool. Und ich kann das Feuer nicht löschen. Das breite sie aber nicht aus. Doch. Ich habe es schon weggemacht. Siehst du das nicht? Ich sehe das Feuer noch. Hier? Ja. Ja war es, ja. Ok. Ich weiß wieder. Bleibst du weg. Das ist Feuer. Ja. Wieso gerade einmal eins hochgegangen ist. Schön. Ach man, ey. Ich habe das Gewicht kaum noch neben gehabt. Hörst du mal auf zu lachen, so witzig war das nicht. Doch. Nebenbei deine komischen grünen Augen sehen komisch aus. Ach so. Ach so. Deswegen trage ich sie. Bist du ungewohnt. Hat ja einen neuen Skin noch gar nicht den ganzen gezeigt. Ja. Aller da, Dramatik. Yay, Steampunk. Ich will kurz sagen, was ist an dem so toll? Jo, Steampunk. Grüne Augen. Ich bin grün, verdammt. Nein, ich habe fast kein Leben mehr. Autsch. Was ist das? Das ist Wasser. Warte mal. Autsch, was ist das? Das ist Wasser. Könntest du schon mal von gehört haben als Gamer. Was soll ich? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich... Ich bin schon bei roten Herzen, also. Hm. Das Wasser ist echt mies, ne? Warte, ich gehe schnell zu den Bienen. Jojo. Warte. Geh schneller als du zu den Bienen. Ach. Haben wir hier nicht. Ich tue mal hier eine Enderpelle, random teleport mich rum. Ja, mach du mal. Kannst ich theoretisch... Ach, einfach random teleport, bis du ankommst oder wie? Ne, ne. Man kann es, wenn man mit Projektilen arbeitet, zielen. Ja. Random teleport wäre natürlich auch witzig. Ich will jetzt da ankommen. Mist. Oh, das tut weh. Was denn? Teleportieren. Macht zwei Herzen Schaden oder so. Ja, das liegt daran, dass Enderperlen standardmäßig beim Teleportieren zweieinhalb Herzen Schaden machen. Hm. Das heißt, auf Deutsch, Endermen sind alles Masochisten. Was denn, wo? Ich dachte, ich hätte mich schon da mit dem neuen Ding verlinkt. Anscheinend ist das zu weit weg. Was denn? Dead Tank. Oh! Und... Ähm... War was? Markus, du bist doch noch ab, oder? Äh, ja. Warte kurz. Was war denn? Stell mich ursichern. Äh, er hat sich an so'n... ...halben Blockrand teleportiert und dann ne Sonntag rein. Kein... ...kommentar. Hast du's? Warte mal. Wie rum war das? SCPs nehmen und du Glockel. Okay, kannst. Okay. Und? Juh, danke. Grüe dich. Das ist halt doch gefährlich so'n Ding, ne? Ja. Also Kinder, nicht nachmachen. Ist das Blitzen eigentlich von dir, oder ist das einfach nur random so dramatisch passend? Was? Was? Das Blitzen. Ne, das bin ich nicht. Okay. Das wär geil gewesen. Sehr komische Zufälle. Du. also Charini.